Was ist dein Job? Hallo zusammen, ich bin Felix. Ich bin vierter Lehrerin als Automatiker in einer Gentilla. Das ist ein Unternehmen einer Boschgruppe. Und ich zeige auch heute, was ich in meinem Alltag alles erlebe. Ich habe mich für die Gentilla entschieden, weil es ein grosses Unternehmen in einer Region ist. Man hat viele verschiedene Möglichkeiten, die man sieht. Und auch sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im weiteren Prüfsleben. Als Automatiker hat man einen sehr vielseitigen Alltag. Man verdraht sehr Tage Tablo, andere Tage ganze Anlagen verdraht. Man muss auch mit den Steirungen von verschiedenen Anlagen gestern. Die Voraussetzungen für den Prüfautomatiker sind sicher, dass man an Technik interessiert ist. Dass man sehr gerne im Team in unserer Firma arbeitet. Und dass man gute Noten in Mathematik, Natur und Technik hat. Die Voraussetzungen für die Glastelle Im Standort haben sich die Glasstellen. Die Glasstellen sind hauptsächlich Sagenblätter für Stichsagen und Säbelsagen. Die werden nachher in verschiedenen Anwendungen auf der ganzen Welt gebraucht. Das war das, was wir heute alles erlebt haben, was ich jeden Tag erlebe. Ich hoffe es hat dir gefallen. Wenn du dir als Automatiker als Lehrer vorstellen kannst, wie es dabei ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.